Ich dachte, ich wüsste, warum ich hier bin. Ich hab's gesehen. Das Ende. Es war so real. Aber jetzt scheint die Wahrheit entfernter denn je. Ich hab noch so viele Fragen. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Was hab ich getan? Ich weiß. Es klingt unrealistisch. Ich weiß, es ist schwer zu glauben. Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Du musst mir vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Er will den Kurs der Menschheit verändern. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun?